Hey Leute, es gibt etwas zu feiern und zwar gibt es für mich einen riesengroßen Grund, Danke zu sagen und zwar an jeden Einzelnen, der hier diese Videos anschaut. Und zwar ist etwas passiert, was ich selbst vor inzwischen über fünf Jahren niemals für möglich gehalten hatte. Fast sechs Jahre ist es her, dass ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe. Anfang 2017 habe ich mit der Planung begonnen, Mitte, Ende 2017 habe ich meine ersten Videos hochgeladen und jetzt schaut euch mal an, wo wir heute stehen. Wir haben die 50.000 Abonnenten-Marke einfach auf YouTube geknackt. Und das ist einfach so ein verrücktes Gefühl mit Inhalten zum BWL-Studio, mit Inhalten irgendwie zum Thema Investmentbanking, Strategieberatung, Stipendien, Bestnotenschreiben und und und. Das hätte ich niemals für möglich gehalten damals, als ich vor fünf, sechs Jahren damit angefangen habe. Und von dem her möchte ich hier dieses Video hier einmal nutzen, um mich wirklich bei jedem Einzelnen von euch zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr hier dabei seid, dass ihr hier diesen Kanal abonniert. Ich hoffe sehr, dass ich euch bisher habe helfen können, dass ich euch irgendwie habe inspirieren können, dass ihr wirklich vorhabt, alles aus eurem Studium rauszuholen, dass ihr verstanden habt, was für einen gigantischen Einfluss eure spätere Karriere auf euer Leben haben wird, wie wichtig es ist, dass ihr irgendwie einen Job findet, den ihr spannend findet, auf den ihr Lust habt, wo ihr auch irgendwie Karriere machen könnt, wo ihr Geld verdienen könnt und dass ihr eben auch verstanden habt, wie ihr in eurem Studium die weichen Staffel stellen könnt, es wirklich nach ganz oben bis an die Spitze unserer Wirtschaft zu schaffen. Und damit nicht genug, ich möchte mich nicht nur bei jedem Einzelnen von euch bedanken, sondern ich habe noch ein großes Announcement zu dem Thema, wie du es nach ganz oben in unserer Wirtschaft schaffen kannst. Und zwar habe ich es mir nicht nehmen lassen, hier mit Blick auf die wunderschöne Frankfurter Skyline, wurde ich natürlich inspiriert dazu, auch ein Buch zu schreiben zu dem Thema nach ganz oben, die Erfolgsgeheimnisse der Wirtschaftselite von der Uni in die Chefetage, wie du es nach ganz oben in unserer Wirtschaft schaffen kannst. Das Ganze erscheint beim Finanzbuch Verlag am 19. September. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich wirklich für mehrere Monate eingesperrt auf meinen normalen Arbeitsalltag, nochmal 10, 20, 30 Stunden die Woche oben rauf gesteckt. Also ich hatte sehr, sehr viele Wochenenden, wo ich kein Wochenende hatte. Ich habe teilweise in meinem Urlaub mit meiner Mutter, habe ich noch das Buch abgeben müssen, saß ich drei, vier Mal bis um vier Uhr nachts mit ein paar Espressos in der Hotellobby, um dieses Buch fertig zu schreiben. Also dieses Buch gibt einmal einen kompletten Durchblick von, wo ist das Ganze überhaupt einzuordnen, was sind eigentlich so wirklich die Top-Jobs in unserer Wirtschaft, wer hat da wirklich die Fäden in der Hand, was machen Investmentbanker, was machen Finanzinvestoren, wie wird man irgendwie Finanzpolitiker, was haben irgendwie viele CEOs gemeinsam und, und, und. Erklärt dieses ganze System einmal und leitet dann Schritt für Schritt ab, was eigentlich Erfolgsgeheimnisse sind, um a. im Studium die Weichen zu legen, um so eine Karriere zu bekommen und b. auch, was langfristige Erfolgsgeheimnisse sind. Weil ich hatte jetzt natürlich das Privileg, über die letzten Jahre, in der letzten Zeit natürlich immer mehr, über den Karriere-Insider-Podcast, über andere Podcast-Interview-Formate und natürlich sonst auch über das ganze Netzwerk und was ich jetzt seit dem ganzen Tag am Machen bin, super spannende Einblicke zu bekommen in die Werdegänge von extrem, extrem erfolgreichen Personen, die wirklich ganz oben in unserer Wirtschaft mitspielen und eben zu erkennen, okay, a. was haben diese Leute im Studium gemacht, das gebe ich euch hier schon oft mit, aber auch b. was hat diese Leute längerfristig erfolgreich gemacht und was ich eigentlich bei jedem sehe, wirklich diese Zeit im Studium und so auch die ersten Jahre der Karriere stellen wirklich die Weichen, um so eine richtig krasse Karriere hinzubekommen. Natürlich ist es nicht so, dass es irgendwie nicht mehr möglich ist, wenn man so im Studium nicht die perfekten Schritte macht oder sonst was, aber es macht das Leben einfach viel, viel leichter und darum dreht es sich hier auf diesem Kanal, darum würde es sich auch in Zukunft hier auf diesem Kanal drehen, das heißt, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren und darum dreht es sich hier auch in diesem Buch, erscheint am 19. September, du kannst es dir jetzt direkt vorbestellen über den Link unten in der Videobeschreibung, das heißt, wenn ich dir irgendwo vielleicht mal geholfen habe, hier mit diesem YouTube-Kanal, wenn du vielleicht auch bei uns im Coaching mit dabei bist, wenn du sonst irgendwo von irgendetwas mal profitierst, sei es von diesen ganzen kostenlosen YouTube-Videos oder von unseren Webinaren oder von unseren Reports oder von den Instagram-Stories oder von den TikToks, whatever und du möchtest es alles einmal ganz komprimiert lernen, wahrscheinlich viele wertvolle Neuerkenntnisse dabei gewinnen und du möchtest es vielleicht auch mir einen kleinen Gefallen tun, dann würde ich mich super, super freuen, wenn du jetzt auf Amazon gehst und hier dieses Buch vorbestellst, weil wir sind hier natürlich 50.000 Abonnenten, aber in meinen Augen müssten noch viel, viel mehr Leute da draußen über diese ganzen Möglichkeiten Bescheid wissen, die dir einfach so diesen Zugang geben zu dieser absoluten Wirtschaftselite. Und genau darum geht es hier in diesem Buch und ich versuche dieses Wissen jetzt nicht nur hier im Internet zu verbreiten, sondern dieses Wissen auch in die Bücherregale zu bringen, weil in meinen Augen sind wir hier noch weit davon entfernt, dass wirklich jeder genau die gleichen Chancen hat. Es hängt extrem, extrem davon ab, wie man irgendwie vielleicht zufällig mal von irgendetwas mitbekommt. Es hängt extrem davon ab, wo man geboren wird, in was für einem Umfeld man aufwächst und und und, wie man später Karriere machen kann, was man später für Möglichkeiten hat und ich hoffe, dass auch dieses Buch, ich mit diesem Buch auch meinen Teil dazu beitragen kann, dass einfach mehr junge Menschen irgendwie wissen, was abgeht in der Wirtschaft, wissen irgendwie, was für Möglichkeiten man eigentlich hat, wenn man mal für ein paar Jahre Gas gibt und nicht nur irgendwie für junge Leute ist dieses Buch interessant, sondern auch für alle anderen von euch, die sich einfach mal so ein bisschen dafür interessieren, wie ticken eigentlich so Investition Banken, wie ticken so Strategieberater und und und, was machen eigentlich diese Leute, die es wirklich bis an die Spitze der Wirtschaft geschafft haben, was haben die auch für Opfer dafür erbringen müssen, um es dorthin zu schaffen. Ich habe versucht, das Ganze hier möglichst gut zusammenzufassen. Das erste Feedback, das ich bekommen habe, in Ordnung. Das heißt, es scheint in die richtige Richtung gegangen zu sein. Ich selbst bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz darauf, ich hätte mir nicht zugetraut, dass ich das hinbekomme, vor allem auch neben meinen ganzen anderen Geschichten. Aber ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf und ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Das heißt, wenn ihr nach ganz oben lesen wollt, ich verlinke euch das direkt unten in der Videobeschreibung, könnt ihr es direkt auf Amazon vorbestellen. Wenn ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt anschaut, dann kann es vielleicht schon morgen oder übermorgen in eurem Postfach sein oder ihr könnt in irgendeinen Bücherladen gehen und es euch dort holen. Das heißt, ja, ich würde mich super darüber freuen. Natürlich freue ich mich über jeden Einzelnen von euch, der weiterhin hier auf diesen Kanal abonniert, hier dabei ist. Das ist für mich absolut keine Selbstverständlichkeit. Ich bin euch extrem, extrem dankbar, auch über die ganzen netten Nachrichten, die ich bekomme. Immer, wenn mich irgendjemand auf der Straße anspricht, im Fitnessstudio anspricht und, und, und. Das ist wirklich jedes Mal ein tolles Gefühl. Das heißt, da werde ich gerade fast ein bisschen emotional. Ich hoffe, ich habe einfach möglichst vielen von euch irgendwie helfen können, bisher mit meiner, mit meiner ganzen Lebenszeit, die ich in dieses Projekt hier hinein investiert habe. Und ich hoffe sehr, sehr, dass ich auch in Zukunft vielen von euch dabei helfen kann, einfach an sich zu glauben, alles rauszuholen und Gas zu geben. Natürlich, ich meine, am meisten Unterstützung kann ich euch natürlich geben, wenn ihr zu uns bei Pumpkin kommt, weil da haben wir einfach viel mehr Ressourcen, die wir euch zur Verfügung stellen können, die wir auf euch raufwerfen können. Da haben wir unsere ganzen anderen Coaches, da haben wir unser ganzes Team, was euch dabei unterstützt. Aber auch, wenn jemand sagt, nee, Pumpkin ist nichts für mich oder noch nichts für mich oder whatever, hoffe ich trotzdem, dass dieser YouTube-Kanal, dieses Buch und, 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 euch einfach dabei unterstützt, alles aus eurem beruflichen Potenzial rauszuholen. Weil genau dafür bin ich vor, vor, jetzt hatte ich es am Anfang gesagt, irgendwie sechs Jahren hier auf YouTube mit gestartet. Wer sich vielleicht an meine ersten Videos erinnert, der weiß, es ging schon damals darum, dass man einfach sagt, okay, wie maximiere ich einfach oder wie hole ich einfach alles aus meinem beruflichen Potenzial heraus. Ich hoffe, dass ich damit hier irgendwie ein bisschen Impact haben konnte. Ich bin auf jeden Fall noch lange nicht am Ende. Wir hier bei Pumpkin sind noch nicht, noch lange nicht am Ende. Und von dem her, schön, dass du bei dieser Reise mit dabei bist. Abonnier den Kanal, bestell dir sehr, sehr gerne nach ganz oben. Teil das Buch gerne auch irgendwie mit anderen Leuten, für die das vielleicht interessant wäre, die einfach mal so einen kompletten Überblick darüber bekommen wollen, was denn eigentlich alles abgeht in der Wirtschaft, was da möglich ist. Das ist vielleicht auch eine coole Geschenkidee. Vielleicht auch, wenn du selber voll auf dem Trichter bist, aber deine Familie ist nicht checkt. Meine Mutter hat gemeint, so jetzt, wo sie das gelesen hat, hat sie teilweise, hat sie auch sehr, sehr viel Neues gelernt. Und ich meine, sie ist da schon ziemlich tief drinnen durch mich, jetzt in der letzten Zeit, weil sie natürlich auch viele Videos schaut. Das heißt auch, für Leute, die vielleicht regelmäßig hier vorbeischauen, die werden auch sehr, sehr viel Neues in dem Buch lesen. Ich habe ein richtig geiles Vorwort, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, von Moritz Bayer-Lenz, den ihr wahrscheinlich auch kennt, ehemaliger Vice President von Goldman Sachs, von der Wall Street in New York, verdient heute mehrere Millionen bei einem Venture Capital Fund, ist irgendwie Mitglied Forbes 30 Under 30, World Economic Forum, Young Global Leader, Mitglied der Atlantikbrücke und, und, und. Der hat mir das Vorwort dazu geschrieben, weil er auch gesagt hat, hey, super viele von den Prinzipien, die du in dem Buch erklärst, die haben mir auch sehr, sehr geholfen, in meinem eigenen Wählergang. Das heißt, das, was ihr hier lernt, super, super hilfreich, auch wenn ihr vielleicht schon ein bisschen weiter seid im Studium, vielleicht auch wenn ihr Young Professional seid, kann ich euch wirklich empfehlen, euch mal das Buch zu holen. Würde mich super freuen. Ich bin dankbar auch für jedes Feedback, was ihr dann bekommt. Und wie gesagt, wenn ihr einer der Ersten sein wollt, dieses Buch bekommen, gerne jetzt über Amazon vorbestellen, den Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank. Schreibt mir auch gerne irgendwie in den Kommentaren, in YouTube. Ihr könnt mir eine Instagram-Anlage schreiben, wir können mir einen Link in Nachrichten schreiben. Ihr wisst, ich lese das immer und versuche auch immer zu antworten. Schreibt mir gerne irgendwie, was für Richtungen euch vielleicht noch interessieren würden, was für Interviewgäste ihr interessant findet, für Podcasts und, und, und. Damit ich einfach versuchen kann, dass hier jeder das Maximum für sich rausnimmt und jeder von euch später in einem Job arbeitet, wo er wirklich glücklich ist, wo er wirklich, oder sie Erfüllung natürlich verspürt und wo man auch am Ende des Tages Karriere machen kann, Geld verdienen kann und sie selber was aufbauen kann. Weil das spielt in meinen Augen eben auch eine Rolle. Und ja, dafür stehe ich. Dafür steht natürlich auch dieses Buch und ich freue mich sehr, wenn ihr hier auf dieser weiteren Reise mit dabei bleibt und ich euch irgendwo einen kleinen oder großen Vorteil bieten konnte bisher und auch in Zukunft bieten kann. Das war's. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über eure Nachrichten und bedanke mich nochmals. Bis zum nächsten Video. Euer David.